ok müssen wir denn dahin oder was mussten wir hier ich glaube wir sind hier sind wir falsch wir brauchen irgendein ding hier noch eins irgendwo stehen so ein ding hier da haben wir alles gefunden ansonsten wörter einfach mal durchrasen oder was gut dann sind wir noch links oder nach rechts wir gehen mal nach da so da ist links so und hier sind wir irgendwie falsch irgendwie mit einer leiter oder so mal hier raus okay ich glaube das war nicht so eine gute idee irgendwie jetzt müssen wir den seit kam hier nochmal machen so und so und dann können wir hier zurück naja gut ok ich würde sagen das mit diesem stern war eine tolle idee aber irgendwie scheint es bei mir nicht ganz zu fruchten wohin ich laufen muss gut also die eins haben wir erledigt die zwei ist komplett bis auf stern äh vier erledigt nicht den stern drei da fehlt uns diese eine vier haben wir schon fünf ist auch eins was fehlt sechs fehlt uns auch eins sieben auch das haben wir ja gerade verbockt in meinem garten gibt es viele geheimnisse verborgene wege und geheime tore wenn du dich ihren rätseln widmest darfst du dich der schar meiner boten anschließen ok so wir brauchen also diese siegel hier für diese naja was auch immer das hier ist auch noch irgendwas ganz geheimes gut ich würde sagen an der stelle mache ich jetzt mal ein cut und dann sehen wir uns gleich weil wieder und machen weiter und gehen dann mal wieder nach oben oder und nach unten mit dem aufzug oder naja wir sehen ok bis gleich jo in diesem sinne sind wir wieder in unserer kathedrale äh ja der verwirrung und ja wir haben beim bei den letzten malen ja schon eine menge geregelt gekriegt wir gucken nochmal eben hier fehlt der stern bei nummer drei war glaube ich auch noch was ja und bevor wir da hinten raus nach oben wie auch immer würde ich gerne die sachen die ich nicht gebacken gekriegt habe die ihr nicht mit mir gemeint nein ich will euch da ihr habt keine schuld also um gottes willen ja ähm ich will nochmal reingehen und gucken ja weil der gehört dahin weil ich hab so dieses bedürfnis alles vollständig zu haben und irgendwas habe ich bestimmt übersehen und vielleicht am nächsten tag äh ja findet man es dann raus ok ja ja das war's ok also wir haben irgendwas übersehen und das müssen wir jetzt kitten also heißt wir sperren erstmal den da ein damit wir gucken können in ruhe so stech dieses ding hin nein 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 achso ok so also wir müssen ein zweites von diesen dingern hier irgendwo her kriegen da ist dieser aufgang da hab ich schon versucht ne da was hoch zu stellen oder so und hier können wir dieses ding stören genau und dann können wir ich hab alles abgesucht ich weiß genau hier ist es muss irgendein denkfehler haben schlüssel den holen wir uns da da ist nirgendwo Zeug jetzt ist die Frage ich schnall ja nicht warum dieser auf alter moment alter ich fass es nicht moment so tja ich sag ja am nächsten tag einmal drüber schlafen und schon kann ich das nein scheiße shit ich dachte man könnte es doch ist es denn möglich darum diese treppe hier mit diesem scheiß fuck it sehr schön gut ähm wir sind wir gehen mal direkt hier rein hinter ihm her so holen uns den schlüssel nehmen unser teil mit und rennen hier raus so edgy alter schwede ne schlüssel so jetzt haben wir ein tor und so ne ah ok moment ich muss aha ok das machen wir nie wieder das heißt ich lass moment den hier raus so dann lass ich den hier rein so und wenn ich das ding jetzt noch genau dann macht's boom na 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 klappte sonst auch also boom boom sehr schön und wir können da rein das ding hier und uns das holen alter schwede ne ist ja nicht möglich was ist das ist da noch irgendwas drin können wir da nein können wir da hoch ok gut eins ist schon mal klar wie es geht das andere war viel weiter hinten da müssen wir gleich was der pump den wollen wir nicht so jetzt Nummer 4 da fehlte nichts irgendwo hinten fehlte noch dieses mit den mit diesen vielen Mauern und diesem Quatsch ne welches war das wir gehen mal gucken wir gehen hier mal ne so wir haben ähm wo 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 wir müssen da hin also eins zwei drei ganz viele da dann gucken wir doch mal haben wir dieses wie war das feindlichst oh god oh god da hab ich aber überhaupt keine lust drauf jetzt das ist mir zu komplex glaube ich ich hab überhaupt keine ahnung und auch noch nicht im also hier im regen ne das ist ja noch bescheuerter ok ok wir gucken auch hier mal ob was irgendwie rauskriegen ja weil ich finde man kann es immer mal versuchen ach ja das wird kein gutes ende nehmen wenn ich die kiste wegkriege dann kann ich den killen das heißt ich mach den mal aus die dinger killen mich sobald ich dahin renne wenn ich von hier komme moment wieso bewegt er sich nicht warum nicht also muss ich den mittleren ausmachen oder was fuck it sich den mal stören aber der hier oben hat mich zerschossen wenn ich die kiste hole das ist doch ne das funktioniert nicht das habe ich letztes mal schon ausprobiert es ist irgendwie ranzig so jetzt störe ich mal den kann ich zwei stören warte mal kann ich den und den nein ich muss den hier stören so weil der ist ätzend und die drehen sich nach da wenn ich die hier hinlock oder was moment wir gucken mal so und dann hier rüber wieso das kann doch gar nicht sein oder komme ich da um die ecke habe ich noch nicht versucht nein keine chance okay bevor wir jetzt hier noch stundenlang rumprobieren das lasse ich da habe ich jetzt auch keinen nerv drauf da fällt mir auch nichts neues ein sorry weiter geht's hier haben wir noch ein teil das könnte ähm so gucken wir mal so was haben wir hier das haben wir schon ähm das haben wir auch schon das haben wir noch nicht gut Täuschung 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 genau shitty hä ach das war das wo der blaue fehlte ach das ist natürlich auch so ein ding Täuschung ja wir versuchen es wir gucken mal wie wir wo kein blauer war genau da war ja kein blauer da war überhaupt kein blauer naja gut vielleicht ist er jetzt jetzt ja da okay wir gucken mal also wir nehmen das rote signal hier mal weg ach du scheiße genau das war das Gott das werden wir so mit dem und wir stellen den hier hin so dann geht hier die Hütte auf und hier ist nichts mehr Täuschung Täuschung ich verstehe es schon wieder nicht ich weiß schon wieder nicht wie es gehen soll aber wir haben hier unser zweites Teil so Täuschung wie auch immer hier haben wir nichts mehr wir brauchen den zweiten roten das heißt wir nehmen den und den und machen mal das hier ist der blaue ach da war ein blauer aber so den kriegen wir da nicht weg ne das war das Problem äh Moment Moment jetzt müssen wir mal eben gucken ich wie gesagt wir gucken blau so haben wir noch so ein Ding ja wir haben noch einen hier war ein Computer so Täuschung heißt den und den verbinden wir wir brauchen die alle hier hinten das heißt das muss offen bleiben das müssen wir also Moment wir müssen das von hier müssen wir das aufmachen das heißt der rote den darf ich nicht unterbrechen wie machen wir das ich muss dieses Ding oh man jetzt geht das wieder los ich muss alle hier rein kriegen damit ich von hier das rote dieses hier aufmachen kann das heißt ich brauche zwei so Dinger die haben wir nicht und wir können das hier jetzt auch nicht raus machen weil Moment das müssen wir aber heißt wie kommen wir da nachher rein ne macht keinen Sinn wir müssen hier rein können wir von hier oben da drüber nein können wir von hier aus mit einem dahin aber nicht um die Ecke können wir hier drüber Moment wir gucken mal eben was das rote ist hier können wir hier irgendwo hin da oben ist da so ein Ding drauf was wir benutzen können Moment ich stelle den mal kurz hier hin so und es geht nicht mal wir können aber auch nicht also mit dem ding bin ich schon mal okay Moment wir machen mal folgendes so und so und den schmeiß ich mal dahin ich muss das aufmachen das hilft alles nichts so jetzt ist ist das auf aber wir kriegen den Moment ich muss nochmal eben gucken was wir das nochmal testen so mach mal auf an für das ist das a 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 Vielen Dank.